Musik Na das sieht ja schon toll aus Ich finde unsere blauen Augen so cool Warte, 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 warte 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 Nein, jetzt, nein, nein Jetzt Wow Das war knapp Das war aber echt knapp Ich habe gedacht wir hätten mehr Zeit Ja Nein, nein, nein noch nicht Wir wollen es schon mal hoch Na, jetzt Was los? Gut Lassen wir ins Wasser rein Oh, da sterben wir da Hebst du dich grad? Ich halte mich, ja Ich drücke uns weg Ich habe keine Ahnung ob wir unter was entdecken, aber ich möchte es eigentlich nicht testen Wuhu Ähm, warte mal Okay, es geht Wir sollten schnell machen, glaube ich Ich glaube das macht nichts aus Oh ja, okay Oh ja, okay Zack Ja Upsa Oh, hier kommt gute Musik Und ich Hä, wo halte ich mich? Hä? Ach, da geh mal einfach rein Nein, 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 nein Wir gehen rein hier Ja Ja Sollen wir oben lang, dass wir ein bisschen was sehen Ja, ja, ja Boah Eigentlich ist ein Saloon doch immer eine Schläger, ich sehe halt nichts Ich auch nicht Ich glaube Da bist du Moment Tu deinen Arm mal nach rechts und zieh uns rüber Mhm Du musst Genau Nee, ich komme nicht rüber, ich kann nichts greifen Du musst uns rüber drehen quasi Irgendwas behindert uns, ich glaube wir müssen Hast du es, irgendwo hast du die Quad festgehalten Hä? Ja? Jetzt, okay Ah, okay Okay, nach rechts Okay Wo, okay Geht's denn jetzt drauf? Woah Woah Okay Woah, feste Nein Hallo Alt, noch unfairer geht's nicht, oder? Woher hätten wir jetzt wissen sollen, dass wir uns da grad festhalten müssen, im Fluch Boah, die ganze Kacke nochmal Go Oh Gott Woah, das war aber knapp Direkt durch Ja Im Speedy Gonzales Gang jetzt, bitte Ja Zack Ich bin eingerollt, Moment Jetzt Zack clean Boah Jetzt Okay, passt jetzt Mich was ist denn durch ja sehr gut okay irgendwo versuchen gleich festzuhalten ok hat uns ultra weit gestoßen grad wirst du los bitte muss drüber es war ja unfair dass er uns gerade so weit weg gekickt hat oder wahrscheinlich ist das absichtlich so ich wollte nicht den kaktus okay schön flach ziehen kannst loslassen ok schön uns immer wieder ranziehen ja sagte sie und machte nichts langsam loslassen loslassen aber okay ich glaube ganz ohne nochmals bei der oben greifen ja und du machst jetzt nichts außer nach rechts drücken habe ich die ganze ich kann mein arm nicht ausstrecken dann geht doch mal wieder nach links bitte das baum wird so arg das ist wieder eine tolle stelle okay hier rüber so jetzt langsam nach oben ja genau noch okay gut so okay kann loslassen ich hab uns nein warte bis dein arm ganz gerade und ruhig ist und dann erst am zeit greifen weil sonst fangen wir schwingen an nach oben nach oben ach kommen so und jetzt kannst du loslassen ich drücke schon nach rechts dass du eigentlich nach rechts wächst aber dann erhebe ihn mal nach oben nein was habe ich gerade gesagt den arm ausstrecken und dann warten bis so ruhig ist nicht wenn du schwingst sonst schwingen wir ja mit hä aber ich muss festhalten ja aber musst du doch nicht sofort guck mal ich wartet bis mein arm sich gefangen hat ja so jetzt ist so ruhig und jetzt greife ich das seil jetzt konnte ich nicht mehr korrigieren oh gott das wird kacke jetzt haben wir wieder zurück ne lass los einfach ok versuch's warte ne mach dein arm weg ok versuch überzugreifen ja weiter runter den arm nach ja darf ich ja und so halten aber der schwung der ist nicht von mir ich tue ja nur greifen dann versuch du mal ein bisschen nach unten zu drücken den hals können wir nicht getrennt hier drüber nein nach rechts mit deinem arm was wir auch machen können greift mal Pikmin also so ist glaube ich nicht gedacht Give Mir SDK doch glaube ich schon aber du musst halt gegenhalten wenn das Seil anfängt zu springen stell dir vor ich tu's bin ich mir nicht so sicher dass ist alles lass los ich kann grad nicht bewegen meinen Arm Dann mach ihn weg, bitte. Oh Gott! Okay. Jetzt greif ihn bitte. So, und jetzt zieh uns mal rein. Alter, du schwingst hier rum! Ich schwing gar nicht! Doch, dein Arm zuckt! Miau! So, du musst jetzt gerade oben drüber. Hm? Jetzt schwingen wir gerade gar nicht. Doch, wir schwingen. Okay. Was soll ich machen? Oben drüber am besten. Du hältst Spannung. Ich halte die Spannung. Ja. Ganz ruhig nicht machen. So, und jetzt hältst du bitte die Spannung und den du nach rechts drückst. Ja? Ich drücke ihn nur nach rechts. Okay. Okay. Und du wieder loslassen. Ich wieder. Und du wieder. Oh, ich dachte gerade schon, dass wir jetzt ane... Geht doch! Nach oben. Ja. Oh, Achtung! Kaktus rechts. Wir müssen glaube ich nach links. Das reicht wegen ein bisschen. Halt mal nochmal rechts fest. Ja, warte, bleib du so. Ja. Ja. Und jetzt streck uns. Oh, komm. Warte mit Schwung. Nochmal. Nochmal. Das reicht. Oh. Ja. Warte, nochmal. Weil Asch biegt sich richtig schnell. Oh. Soll ich vielleicht loslassen? Ja, lass mal los. Jetzt. Nein! Oh Gott. Warte. Nein! Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel, wir müssen uns nach oben schwingen. Ja. Oh nooo! Oh nooo! Oh nooo! Dach ich mich vielleicht in den Ast hängen? Ja. Warte. Ich bin dran. Ich hoffe ich bin nur nicht... Ja. Kannst du deinen Arm mal weg machen? Ja. Danke. Du musst aber kommen, wenn ich es sag. Jetzt. Kann ich es halten? Nein! Oh man! Oh Gott. Loslassen. Nein. Okay, wieder hoch. Ja. Du hast... Ja. Und hier. Es war gerade echt blöd, dass wir genau so gefallen sind. Und dass wir uns nirgends festhalten kommen. Ne. Ich komm her. Jetzt. Ich hab mich verhakt. Wir haben uns verhakt. Wir haben uns verhakt. Dann mach dein Arm weg. Ja, ja. Aber ich wollte es gerade nicht mit mir schwingen. Komplett mal. Ja. Wie geht das nochmal ganz neu? Ah ok. Ok. Jetzt rüber. In deine Taschen glaube ich noch keine einzige. Ok. Oh, das muss noch reichen. Ich lass jetzt los beim nächsten Mal. Nein! Nein! Oh Gott im Himmel! Ok, nach rechts rüber. Du warst zu schnell mit loslassen. Ja. Ja. Ja, ich bin dran. Ok. Ok, loslassen bitte. Ich glaub du musst weg mit deinem Arm. Ich kriegst sonst nicht genug Schwung. Also auf X. Ne. Mit L. Den Arm abtrennen jetzt. Und wenn ich dann sag, dann mit... Quasi wieder rankommen, ja? Ja. Ja, ja. Ok, ich bin dran. Ok. Oh. Vorsicht. Wie soll man denn da rankommen jetzt? Das reicht wahrscheinlich wieder nicht. Lass mal hier beide verstehen. Ja, bleib du mal dran. Ich will hier mal weiter hoch. Aber wir können ja nicht genug Schwung holen hier. Ne, weil der Kopf halt... Uff. Aber so könnte es gehen. Guck mal nach links bitte. Weißt du, wenn wir es so machen? Und jetzt trenn dich ab. Loslassen? Ok. Ich hätte jetzt gesagt, dass du dich weißt, im Schwung abtrennst und da hochfliegst vielleicht. Ja, aber du musst dich, wenn dann... Ich trenne mich ab und du musst aber loslassen dann. Ok. Sag mir, wenn ich es machen soll. Oh Gott. Jetzt. Nein. Oh meine Güte. Oh. Oh meine Güte. Ich lass los. Ja. Halt dich wieder fest. Also wenn ich nach oben gehen, dann musst du halt loslassen. Ja. 1, 2, 3. Ja, super. Das war richtig gut. Einfach ganz ruhig. Ja. Ich bin dran. Du kannst loslassen. Yes. Das war richtig gut, Schatz. Das war jetzt echt nice. Wow. Und rein da. Oh Gott sei Dank. Oh, Checkpoint. Ich liebe dich. Ich habe nur die Angst, dass es jetzt nicht besser ist. Okay, warte. Ich trenne mich gleich mal ab. Kannst du mich greifen? Ja. Ach, come on. Ja. Ähm. Muss. Ne, wir müssen. Nach links hoch, oder? Ne, ne, ne. Da können wir es nicht feststellen. Ja, ich glaube, das Ding hier schießt uns hoch. Ich glaube, stimmt. Ja. Ach so. Du musst dann loslassen. Moment. Ich muss erst mal richtig schwingen jetzt hier. So. Jetzt will ich hier ran. Achtung. Ach so. Nein, nicht jetzt am Ende loslassen. Ja, sorry. Ich habe es gerade noch. Check, was du willst. Halt. Ja. Ich kann mein Arm gerade nicht wo- Hä? Warum kann ich mein Arm nicht mehr bewegen? Okay, ciao. Ja, und jetzt rüber mit mir. Danke schön. Ich halt noch. Ja, ja, du hörst einfach die ganze Zeit fest. Ja, aber warum habe ich mich dann an der Wand plötzlich festgehalten. So, jetzt hier rein. Nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wenn es weg ist. Jetzt. Und loslassen. Alles loslassen. Jetzt hier hoch. Okay, ich glaube, wir müssen eher an das Schild hier ran. Aber wir gucken mal. Na, ich will hier an die... Wo willst du hin gerade? Jetzt einfach die Wand mal hoch hier. 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 Okay. Das geht nicht. Also können wir uns gleich mal an das Schild hier hin. Und schwingen. Oh, oh, oh. Kannst du nicht einfach loslassen. Ich dachte, das passt schon. Ja, jetzt weiß ich, warum das nicht so gut geklappt hat. Das passt schon. Kannst du deinen Arm kurz abtrennen, vielleicht? Das ist doch geil, wie der mal einfach rumbauen wird dann. Ich habe das Schild nicht richtig. Nein. Das war doch schon. Wir können uns doch hier einfach hochziehen. Wir brauchen doch gar nicht das Ding, oder? Guck mal her. Jetzt da oben festhalten. Warte, ich komme näher. Ich ziehe. Ja, ich bin hier. Moment. Ah, Mann. Ich will meinen Arm doch so. Dankeschön. Ja. Kann ich doch. Kann doch gar nicht schwingen hier. Und rein da. Weiter geht's. Trainingslager der Bergsteiger. Ja. Nanu. Ja, so. So. So macht man das. Das ist ganz schlau gewesen. Ich kann leider nichts machen gerade. Okay, wenn wir uns da festhalten, müssen wir schnell weiter, ja? Nee. Nee. Schnell rüber. Hoch. Kann ich nicht. Und tschüss. Ich war verkeilt. Alles gut. Ich glaube, da kommt nachher bestimmt eine ziemlich Kackstelle, wo man das ganz schnell machen muss. Und zwar ein paar Mal kommen da. Okay. Perfekt. Jetzt du drüber. Festhalten. Und noch play werden ziehen. Ja. Okay. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ich glaube, dass du gedacht. Oben nach oben. Naja. Müsste noch xuht. Okay. Da fest. Moment. Da festhalten. Erst mal. Ich muss schauen. Ob das geht, das geht. Warte mal. Was willst du? Vielleicht nach links? ich glaube da links geht es sieht mir so aus ich glaube wir können uns nach rechts fallen lassen gleich aber warte du hast dich ich warum ich ja aber da unten ist gar nicht noch nicht rein loslassen einfach nach rechts und irgendwo festhalten nein vielen vielen dank aber das ist auch blöd man kann ja gar nicht sehen wo man landen will ich würde sagen wir drücken gar nirgends hin erst mal okay das geht nur so wir müssen ein bisschen nach rechts aber nicht so sehr nach rechts ja noch mal festhalten ja warte 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 so das war nichts warum ist denn der so schnell gerade gefallen können wir jetzt eigentlich seinem rechten arm auch noch mal festhalten wo auch okay ja du das geht nicht ich kann warte warte geht gerade nicht ich habe mich doch halten an so einer kack stelle ja ja sag mal jetzt waren wir doch schon acht mal da drüben das reicht plötzlich nicht mehr warum auch immer wo ich sowas hasse so jetzt aber einfach nein warum ist los weil ich dachte das ist doch scheiße gehabt der fällt oder nicht wir können ja weil wir vielleicht den schwung haben den wir mitnehmen können und dann was ist wenn wir an ihm unten lang nicht unten lang können wir nicht schwingen gar nee hebst du uns auch? ja ich rutsch gut okay ja und drüben bitte nee das reicht nicht wenn wir direkt loslassen wir können aber auch trotzdem mal versuchen an ihm unten zu schwingen ob das geht vielleicht das haben wir jetzt noch nie probiert na 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 no haha na du na na Nein. Oh Gott. Bisschen nach links, bisschen nach links. Oh man. Jetzt haben wir zu weit links. Nee, ich glaube wir müssen viel weiter nach rechts. Glaubst du noch weiter? Ja, ich glaube wir müssen viel weiter nach rechts. Ihr habt keinen Bock mehr auf die Stelle. Halt. Nein. Das reicht nicht. Sexy Arsch. Hast du's? Nee, noch nicht. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht greifen am Arsch. Jetzt lass los. Nein. Warte mal kurz. Ich konnte grad nicht auf die andere Seite rüber. Aber der Arsch war knackig. Ich lass los. Oh, du hast... Genau das war auch das Problem bei einem Bosskampfgestern. Nein, nein, nein. Du hast losgelassen wo der Schwung weg war. Nein, gar nicht. Doch. Ich würde gerne schwingen. Okay. Ich lass los, ja? Ja, bitte. Du auch? Loslassen. Nein. Okay, dann warte noch mal ab. Ja, hältst du uns. So, und jetzt nach rechts drücken. So viel wie es geht, ja? Und was schwimmen wir? Einfach irgendwo... Nee. Wir müssen da an die Wand kommen. Das bringt uns nicht, wo wir vorhin. Nur geradeaus hochfliegen hat auch nichts gebracht. Nee, das hat nichts gebracht. Festhalten? Nein. Ja. Nein! Frau! Du kannst mit dem Arsch nichts anfangen. Nee, ich muss... Kannst du bitte bitte weiter hoch drücken? Ich komm da nicht dran. Ja, es geht nicht. Ich hab... Ich halt mich so blöd. Ich komm da nicht an die Wand. So, jetzt du noch ein bisschen weiter hoch. Ja, danke. Gut. Ich lass los. Bitte. Ich auch. Achtung, ich hab uns noch nicht jetzt. Und rein da. Ja, ja, ja. Nein! Jetzt! Okay, aber... Das bringt uns nichts. Wir müssen uns an den Bergleute da oben festhalten, glaub ich. Äh, ich lass mal los. Okay. Ja, aber da kommen wir jetzt eh nicht drüber. Sollen wir mal gucken, was da unten ist? Nichts mehr. Da war nur der Kaktus. Okay. Ähm... Willst du hochschwingen probieren? Nee, das geht nicht. Ja, lass los. Da unten sind einfach nur die Kakteen. Guck. Toll. Wir können mal unten lang gehen, ja? Ja, das hab ich doch gesagt. Aber da ist nichts. Da kommen ja auch wieder Kakteen. Okay. Ja, guck. Einfach. Einfach vorbei hier oben. Wir müssen uns oben an den Taster. Ich hab noch eine Idee. Wir könnten die Arme abbrennen, dass der Kopf weiter höher fliegt. Und dann wachsen in der Luft die Arme vielleicht noch dran. Aber dass du immer so hältst. Nee, Moment. Du musst ausmachen. Dann versuchen wir es halt nochmal mit dir zu schwingen. Nein. Oder so? Okay. Ich weiß ihn. Ich lass los. Ja, bitte. Halt die Barmung. Nein! Okay. Reiter. Und mit L, L, Arme weg. Genau. Ja. Okay, das bringt gar nichts. Du hältst. Ja. Nein, das reicht nicht. Also einfach dranbleiben. Wie soll denn das reichen? Ich checke es nicht. Ich checke es wirklich nicht. Müssen wir vielleicht richtig drin liegen, quasi so und nicht kopfüber. Das können wir mal noch probieren, ob das nicht unterschäft. Ich hab bezieht, was ist so für dich? ja quasi die köpfe nach unten und nicht kopf über ein lass los bitte ich lass los wir gehen jetzt immer kopfüber rein gerade das reicht einfach nicht ich check ich stecke es überhaupt nicht oben nach links zu fliegen probieren können wir auch noch probieren ja das könnte reichen nach links ich habe uns ja wir waren jetzt aber auch viel tiefer drin plötzlich hast du es gemerkt ja ok wir müssen hier an dem shai schwingen ja ok lass du mal los und halt dich halt dich mal irgendwo am side bitte fest nicht ganz unten ich würde gerne ganz unten hingehen ja ok lass du mal los ok oh mein gott das muss dann hier auch ganz schnell gehen ach komm jetzt lass dich los ach komm jetzt lass dich los nein 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 ich habe noch festgehalten aber wir waren nicht aber das machen wir uns wieder so ja aber wir sind jetzt gerade einfach nur hoch gert ja ich habe nach oben gedrückt währenddessen vielleicht ich mache das auch jetzt ja ok jetzt sind wir aber hier fortschrittlich unterwegs und ziehen uns gleich rein und festhalten weiter oder jetzt nach unten drücken und jetzt nach oben nein das war nix das war nix rechts rüber ok gleich wieder rein ok nicht wieder rein festhalten jetzt loslassen ok kannst loslassen du bist dran nein doch du bist dran nein ich hätte mich aber wie warte nein alter du hast doch ich will ganz unten greifen ok ok ich muss warten bis das ding weg ist ja mhm also jetzt ist es perfekt schnell weiter nein das reicht nicht das war stup ne du hast dich an dem ding festgehalten ich wollte mich halt an dem festhalten an dem kletterer ja weil ich mir keinen schwung mehr hatten. Wir sind dran hängen geblieben. Wir waren nicht hoch genug. Bist du? Ja. Ja, ja. Wenn ich... Warum hörst du dich nicht? Nein, ich dachte nur, hätte ich... Aber warum denn? Du bist doch der obere Arm. Damit es den Leuten auch Spaß macht. Ja, genau. Danke. Das reicht nicht. Ich lass los, ja? Nein, nach rechts. Bisschen nach links. Nein. Oh, nein. Ich hab's. Ich auch. Du, hilf bitte. Ja, ich halte. Okay, du kannst loslassen. Ich schwing mal mit. Das ist gut, wenn du mitschwingst. Das bremst uns unglaublich. Okay, ich muss den richtigen Moment einfach abwarten. Jetzt vielleicht. Nein. Aber nur noch... Jetzt muss es passen. Das ist immer kackig. Festhalten. Ja. Hast du's? Nein, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Das war jetzt blöd. Mann, wir waren beim ersten Mal schon drüben. Warum hat das nicht festgehalten? Wir haben beide gehalten, ja? Uns hat beides nicht funktioniert, ja. Ich glaub, hier ist wieder eine gute Szene für einen schnell durchlaufen. Nein. So lang sind wir jetzt noch nicht dran. Echt? Das fühlt sich schon ewig an. Okay. Nach oben. Oh Gott. Warum hältst du dich nicht? Du bist doch der obere Arm. Ja, er hat gerade nicht gegriffen. Jetzt. Und was ist da ganz oben? Da kann man nicht lang. Nein, nein, da kann man nicht lang. Hältst du? Ja. Oh. Nein, du musst weiter unten. Ja. Ja, da, okay. Okay, kannst loslassen. Mhm. Das ist gut. Okay. Ich glaub halt auch nicht zu hochschlagen, weil da oben die Kakteen sind. Jetzt, halt dich! Und rüber, 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 rüber. Ich halt uns. Ne, halt dich an ihm fest. Nein. Wenn der da unten ist, kannst du dich an ihm nicht festhalten. Weil dann fällt der mit ab einfach auch. Zack. Sonst würde man da ja nicht abfallen von dem hier. Hey, jetzt konnte ich gerade am Arsch greifen, plötzlich. Okay. Ich zieh mich sehr hoch. Okay. Das war zu groß. Du sollst nicht denken. Du sollst einfach loslassen, wenn ich gegriffen habe. Weil das im Normalfall die Frau übernehmen sollte. Hast du's? Lass los jetzt. Oh, 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 oh. Oh Gott, dass das... Warum reicht's manchmal und manchmal nicht? Das läuft. Perfekt. Du kannst loslassen. Ähm, warte, ich trenne mich geschwind ab. Ja, mach einfach neu mit x. Du brauchst nicht abtrennen. Das ärgert mich auch richtig. Wenn jetzt der Schwung perfekt ist. Ja, das war aber kein perfekter Schwinger gerade. Ja, rüber. Es kommt da nicht. Wir müssen da irgendwie, ich glaube unten wieder schwingen. Unten lang? Ja klar, wir müssen da schwingen. Manchmal sind wir schon blöd. Manchmal. Okay. Ich greife dauerhaft. Da oben muss ich mich halt auf dich verlassen können, ja? Du kannst dich immer auf mich verlassen. Da rein, da rein. Da oben drücken. Okay, kannst loslassen. Lass es halten. Alter, ich will den Arm. Komm. Komm gerade nicht. Jetzt. Okay. Okay, also noch weiter unten kann ich nicht greifen. Das reicht ja fast so an den... Ich glaube, du musst auch weiter unten loslassen. Ja, ja. Was ist hier so? Dass wir unten vielleicht bis an den zweiten kommen. Ja, das war eigentlich ganz gut, aber... Ich halte, lass los, lass los. Ja? Lass los, lass los. Nein, das reicht jetzt nicht mehr. Stopp! Ja, halt dich halt. Oh Gott sei Dank. Lass los. Checkpoint bitte. Ja, natürlich muss da ein Checkpoint jetzt kommen. Und rein. Du hast meinen Arm. miserable. Du hast mein Arm. Du hast sie geschehen. Nein. Sa支 mein Arm. Jetzt ist es ein Ausし. Bis zum nächsten Mal.